Im Optimalfall bleibt keiner liegen Leben auf dem Drahtseil, das 187 Läuft es optimal, mach ich heute Nacht mein Schnapp Papa bräut' den Verwacht und mach die Beute wieder platt Ich gebe alles aus, alles Schwall und Rauch Mach mich zum Präsidenten, was die Merkel kriegt man nicht noch Schmeiß die Schnappe raus, Cannabis wird legal Und für Bus und Bahn brauchst du gar nix zu bezahlen, optimal Lass die Blasen, will kein Gruß von dieser Schnappe Denn die Wirklichkeit sieht anders aus, der Frust treibt dich zur Banke Ich rede nicht, ich lande, dieser Benz hier ist bezahlt Und ja, ich liebe meinen Papa, doch hilft dies einfach für mich da? Wie sich die Schnappen an meinem Plastoklammern Bisschen Plastopallern, ballern wie ein Plastoflammer Bin immer offen für Versicherungsbetrug Wer vergiftet unsere Jugend, ich hab nix damit zu tun Deutschlandrap liegt auf dem Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel Und sie sagen, sie sind es, du vergiftest unsere Jugend Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun Aber als der Rap liegt auf dem Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel Und sie sagen, sie sind es, du vergiftest unsere Jugend Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun War ein paar Monate einsam, bin wieder zurück auf der Leinwand Trinke Wein, Brand auf dem Freigang Bitte sagt mir, woran soll ich scheitern Es geht weiter, immer weiter Sag mal, habt ihr mich alle vermisst? Digga, schnapp das Fuck up, jetzt komm ich Mache Schnapp und verpacke das Gift Schnapp, Alex! Alles was zählt, ist hier immer noch Bares Verlierer des Tages, Gewinner des Jahres, die Stimme der Straße Ein Leben ist das zwischen Autoscooter und Haftstraßen Tagsüber draußen, die Puppies am Ballern und abends dann wieder im Knast schnappen Neue Schuhe kaufen, durch Stadt laufen, großen Bogen und die Kackhaufen Stichprobenartige Piss-Tests, also nix ist mit Haschbrauen Ich fühle mich gut, ich bin fast draußen, die Seiten sind frisch rasiert Profitiere von Menschen, die Hasch brauchen, weil es mich nicht interessiert Hab nicht studiert, auch nix gelehrt, doch brauch jeden Monat ein Tausender mehr Tausender mehr? Ein Tausender mehr, ich auf der Couch und die Frau hinterm Herd Digga, so viele neue Gesichter, aber die Spasten können nicht rappen Also bringen wir ihn jetzt noch ins Krankenhaus oder lassen wir ihn verrecken? Deutschland liegt auf dem Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel Und sie sagen, sie sind zu vergiftet und zu schlugen Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun Aber Deutschland liegt auf dem Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel Und sie sagen, sie sind zu vergiftet und zu schlugen Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun Und sie sagen, sie sind zu der Fall Es ist eine Einwñosung Und sie sagen, wir werden die Gäuze Die Gäuze ist ein Punkt